Komm 13 Dollar, naja Die Leute sind alle ein bisschen arm hier Zack 12 Dollar, hier hat man noch einen Köter Zack Hundfell Hundefell Da haben wir noch 2 Leichen Alles klar Batterie und 10 Dollar Und 4 Dollar Gut Wir haben wieder Ja man Alles klar Machen wir doch Wanted, wanted und reward Zack So, aber erstmal Machen wir hier mal den hier Gucken mal her Herstellen Okay Wir haben hier einen neuen Wir können Mollowkoft Oh, cool Brandpfeile Ja, das hat man ja gerade in der Höhle gehabt Äh, ich brauche immer noch die Wildschweine Wildschweinfell So, das wollte man hier Ja, ist doch gut Wir holen uns jetzt hier erstmal Idee Ja, 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 ja Ich laufe erstmal durchs Gebüsch hier Zack, grün Ja, mitnehmen Oh, verdammt Da geht's ja gar nicht hoch Na komm schon Oh, stell dich nicht so an, Junge Du hast voll Tatau auf der Hand und so Da kannst du so einen kleinen Wecker erklimmen Rote Pflanzen Grüne Pflanzen Hop, hop, hop Wildschwein I need Wildschwein So, das ist Schwein Das ist Wildschwein Zack Wildschwein Würde ich mal sagen, oder? Schweinsleder Verdammt Kein Wildschwein Was ist das? Stein Was? Hund? Nein, Wildschwein Eieieiei Da haben die ein wenig Sparte Leute, seid ihr gerade verreckt an den Hunden, Alter? Das geht ja mal gar nicht Naja Oh Oh, oh, oh Was war das jetzt hier? Wildschwein oder war es Wildschwein? Das war kein Wildschwein Warum war das kein Wildschwein? Wildschweinfell Wo ist der Unterschied? Beuterrucksack Wir haben Titte, Titte Schweinsleder Eins Wildschwein Das sind die Wildschweinleder Und das sind die Schweinleder Haben die Hörner, ne? Scheint so Aber hier ist doch Warte mal Map Hier ist doch eindeutig ein Schwein abgebildet Oder Wildschwein? Schwein Schwein gehabt, wa? Äh Schwein 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 Äh, warum weiter ranzoomen hier Schweine Schweini Schweini T-Shirt Da Das ist Wildschwein Oh man Nun gut Alles klar Dann werden wir uns hier durch das Gebiet kämpfen Und dann werden wir Wildschweini holen Ganz viel Brauchen wir was anderes Herstellen Nein Nein Brauchen wir nicht Äh Spritzentasche Die haben wir voll ausgebaut, ne? Starkes, ja Ne Leopardenfell Leoparden Da war doch in der Höhle ein Leopard Oder war das ein Tiger? Ich weiß es nicht Beuterrucksack Rucksack Starkes Dingo Ich sollte mir das aufschreiben Hatte ich das nicht, glaube ich, letztlich gesagt gehabt? Brieftasche Haben wir ausgebaut Komplett Nein Brauchen wir Munition Wildschwein Okay Das haben wir ja gerade vor Wurfgeschoss Robustes Hirsch Oh Ja Das hat man ja vor Spreng Brennstoff Raketenbündel Köcher Und Spezialpfeiler Dafür brauchen wir was Molotov Molotov Klingt russisch Klingonisch Klingonisch ist aber so So, hier weg damit Verdammt Dumme Kamera Gebt mir ja drauf Sack So, Map Ähm Ja, hi Ähm Das und dies Und jenes Und überhaupt Wir werden Ja, wir haben jetzt hier das Gebiet Jetzt machen wir den hier Und werden dafür Hier hingehen Okay Ich könnte aber auch das Tiergedöns machen Und vielleicht mit Gutlücken einen Auftrag kriegen Wo ich einen Wildschwein Erledigen muss Ha Naja, wer weiß Wer weiß, wer weiß So, ola Hier angekommen Werden wir nochmal gucken Na, ihr frisst immer noch gemütlich Äh Scheint nicht so Du stehst da immer noch Wie bestellt und nicht abgeholt Hi Hi Na, war klar, dass der das macht So Munition bitte Dankeschön Alles klar Akzeptieren So, dann hier Verkaufen bitte Dankeschön Verkauft Alles klar Wir brauchen mehr Platz Wo haben Ja, 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 ja Ja, laber nicht Halt den Sabbel So, wir laufen Können wir nicht beim Kart Nein, können wir nicht Zack, zack, zack Ähm, achso Wir brauchen Auto Wir nehmen Auto Wir nehmen Auto Rechts Rechts Na ja Halt So, wir nehmen Kamera Und beobachten Einer mit Sniper Ein Scharfschütze Ein Scharfschütze Scharfschütze RPG Cool Da können wir uns auch eine Munition Dings holen So, haben wir noch ein Scharfschütze Scharfschützen Vorsichtig 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 Ah, okay So, der ist da noch Der Scharfschütze Wo ist die Mauer Auf der Mauer Auf der Lauer Sitzt der kleine Wanze Ah, ja So, wir zählen Eins, zwei, drei Da ist der Alarmknopf Ich würde mal sagen Als erstes Den Scharfschützen Ganz elegant Das war elegant Scheiße Lamm So Halt die Fresse Mach den Alarm aus Verdammt Mach den Alarm aus Was? Klettern Vor allem welchen Osten Da Ups Habe ich hier runter gefallen Was, was, was Achso Ja, halt die Fresse Oh nein So Erledigt Erfolg Naja Eigentlich war das wieder mal Nicht meine Aufgabe Aber naja Ich brauche irgendwelche Waffen Die etwas mehr Bums haben So Wo ist der Scharfschütze? Scharfschütze? Wo war der Scharfschütze? Ja, ja Laber nicht Hier oben war der Scharfschütze Dieser Scharfschütze Hat ein Scharfschützengewehr Zack Und jetzt haben wir das Scharfschützengewehr Super Cool Oh, der hat hier noch eine Naja, egal Nein Wieder das Scharfschützengewehr Wir brauchen Munition Lalalalalala Ich glaube, das ist hier drin Merke rote Türen gleich Munitionstüren So Akzeptieren Jupp Jupp, jupp Ups Falsch So, noch was Interessantes hier drin Haben wir voll Können wir hier mit E Ach, scheiße Q ist das nicht E Ich Ja, ja, ja Wer ist der Mann? Ich So Schatzi Wir brauchen immer noch Munition Wir hatten ein T-Shirt hier Oh Das tut mir aber leid Scheiße Der war super Oh Mann Na gut Von aus Sterben bedrohte Tiere Und ich mach sie nieder Ja doch Naja Zack Voll Von dem Grünzeug haben wir eh genug Mein Bruder Ja, mein Bruder Check it, ey Check it, ey Ja, der war gut So Erkennung ist mal Ja, ja Rostige Universalmesser Stand da Ja, 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 ja Ja, ja 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 Ich weiß Um den Pfad des Kriegers weiter zu beschreiten Sieh dir die Aufträge an der Ausgangstapel Oh ja, doch Junge Check es nicht, wa? Interessiert mich So Jetzt haben wir ein Sturmgewehr Ein kleines Gewehr Und ein altes Gewehr Eigentlich müssten wir, was? Egal Okay Wir haben Das Ding ausgerottet Jetzt rotten wir den hier aus Und dann haben wir Schon wieder ein Teil für den Frieden auf dieser Insel beigetragen Ähm Wollte Kiste Bla 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 Übergabeaufgaben Ne, die machen wir nicht mehr Die sind blöd So Äh Da lang Ich brauche ein Auto Aber hier werden wir erstmal plündern Gib mir deine Kohle Vier Dollar Dollar Eine Granate Und zehn Dollar What? Jungs, gib mir Oh ey, der sieht aber gut aus der Wagen Naja, okay Der ist auch ein wenig Ausgebessert worden So, wo ist mein Alter Mein Punkt Wo ist denn mein Ach da Jep, jep, jep Und das Boot Das ist doch Lüge wollte Aua Na gut Hat uns jetzt sehr weit gebracht Das Auto So, eins Komm Den da auch noch Zwei Da ist noch einer Drei Ey Oh nein Scharfschütze Was, was glänzt da so Seid uns egal Nein E-Halten Zum Interagieren Nein 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 Zack Wir haben unser Ziel erreicht Du Dei Du Dei Jetzt machen wir denen ein Chaos Du Dei Du Dei Ho Du Dei Du Dei Ho Lalalalala What Hab ich den verfickten Baum erwischt Oder was geht hier So Kleiner Boss Außenposten So Kollegahs Kommen jetzt mit Boot Hier oder was Hahaha Yo Da sind sie Oh Hier hätte ich mal Aufpassen müssen Neue Rennliga Auf der Insel Verfügbar Gesucht Todaufgabe Ja 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 Halt die Fresse Wir werden dafür sorgen Dass wir in Rakyatrand bleiben Mann Scheiß Pilaten Schweine Manometer Versink So Zack Hopp Hopp Na komm 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 Oh Mann Komm Oh Das haben sie blöd gemacht Ehrlich Dass man da eine exakte Position haben muss Um diesen blöden Hai hier Ja 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 Ich bin doch schon wieder aufgetaucht Stress man nicht rum Wo ist der zweite hin Das war einer Wo ist der zweite Hai Ich will den zweiten Hai haben Wie meine Brieftasche erweitern Oh Hatte ich den noch erwischt Oder hatte ich den erwischt Oh Junge Kannst du nicht für zwei Sekunden mal die Luft anhalten hier Das schaffe ich ja mehr Ach Gott Ja 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 Jetzt habe ich diesen blöden Hai hier verpasst Da ist einer Komm Mann Geht doch Aua 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 Fuck War der nicht Alter Hoch 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 Ja 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 Stell die mich so an Wieso war der nicht tot Da ist er Guck mal da ist noch einer Oder Das war nur ein Schatten Doch Oh Ich wusste es